Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auch wenn wir es nicht wollen, wir sehen sie und schauen weg. Die Wahrheit ist, ich schaue selbst auch weg, obwohl ich einer von ihnen bin. So viele Erinnerungen, alles ist so schnell geschehen, mein ganzes Leben zusammengebrochen. Stein verstanden. Hören Sie die Musik? Die Menschen sehen dich vielleicht nicht, aber die Musik kann man nicht überhören. Manchmal ist sie das Einzige, das dich durch den Tag bringt. Genau wie die Kleinanzeigen. Ich sollte auch mal eine schalten. Fleißiger Gentleman mittleren Alters sucht zweite Chance. Aber es würde niemanden interessieren. Manchmal, ganz hinten in der Zeitung, sind Geschichten, die Hoffnung geben. Irgendwer rettet ein Kind oder hilft einem Fremden. So eine Geschichte würde ich mir auch für mich wünschen, für mein Leben. Vielleicht können Sie mir helfen. Sehen Sie mich? Oder bin ich etwa schon unsichtbar? Jetzt gibt es Hoffnung. Für mich und alle anderen da draußen. Ein engagiertes Team aus aller Welt will, dass Sie mich sehen. In Ihrem neuen Film The Case of Conrad Cooper Vielleicht sind Ihnen diese Leute während meines kleinen Spaziergangs schon aufgefallen. Wir wollen Aufmerksamkeit schaffen. Deswegen brauchen wir Ihre Hilfe, um diesen wichtigen Film zu realisieren. Für die wachsende Zahl an Conrad Coopers auf der ganzen Welt. Die oft ohne Selbstverschulden Teil einer traurigen Statistik geworden sind. Nein, ich werde nicht Teil dieser dunklen Ziffern. Mein Name ist Conrad Cooper und ich möchte endlich gesehen werden. Bitte Machen Sie mich sichtbar.